Herr Müller ist selbstständiger PR-Berater und liebt es sich zu vernetzen. Deshalb geht er heute mit seiner Freundin Lisa auf das Netzwerk Event Connect. Schnell kommt er mit einem Startup ins Gespräch. Die suchen Büroräume? Da hat Herr Müller einen Tipp, denn bei ihm im Gebäude ist gerade etwas frei geworden. Nebenan lässt sich Lisa über eine neue Buchhaltungssoftware für ihre Firma beraten. Durch die branchenübergreifenden Aussteller und Besucher können die beiden für zahlreiche Arbeits- und Alltagssituationen Kontakte knüpfen. Die meisten Unternehmen sind sogar regional ansässig, sodass ein persönlicher Kontakt möglich ist und die regionale Wirtschaft gefördert wird. Im Anschluss lassen die beiden den Abend entspannt auf der Afterwork ausklingen und kommen hier noch mit einem Schreiner ins Gespräch, der Herrn Müllers Sohn ein Praktikum anbieten kann. Herr Müller hat viele nützliche Kontakte geknüpft und kommt nächstes Mal wieder zur Connect, dann sogar als Aussteller. Mehr Infos gibt's auf connect-deutschland.de 4 5 6 6